So, heute eine Runde Blacklight. Wenn ich denn mal fertig werden würde. Ja. Begin Game. Okay. Blacklight, die ich habe hier schon mal angesprochen, ist ein kostenloser Eco-Shooter. Und auf V kann man die Gegner sehen, wie man hier sehen kann. Also man weiß nicht, dass da drüben einer ist. Auf Q kann man Waffen nachladen. Oder die Waffen nachladen. Äh, nee, was red ich. Auf Q kann man Waffen wechseln, sowas. Und auf Ehrgangsmal-WOW! Auf Ehrgangsmal-Waffen nachladen. Und ja, springen, auf Gerscheid, Waffen wechseln. auch warten die wir die Pistole die Karte und die Pistole und Messer und jetzt ein bisschen konzentrieren ich bin hier mal voll schlecht gerade aber ich finde das Gewähr eigentlich kann ich nicht mehr so schlecht ducken auf steuern da ist mich da sind Gegner nein es steht 3 zu 3 ja ok jetzt geht er doch und unser Team verliert naja so habe ich habe ihn so sind die Gegner die Gegner kommen von da nein scheiße eine Granate ne Granate jetzt 54 ja für den Anfang weil wie gesagt ich kenne die Maps noch nicht wenn es Level 3 die kenne ich ein bisschen das spielt sich alles meistens hier in diesem Gang hier ab ab garantiert scheiße ja dann von oben ja genau ist schon gut die Leute schön schirmt Level 16 Level 21 20 das ist schon ganz schön weit scheiße ja okay ist wohl auch irgendwie klar lol 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 was ist da oben der ist da oben wie kommt man da rauf ah hier nein wo kann man messern wo kann man messern ach ja man muss auch messer wechseln ne ok nehmen wir auch erstmal einen fangen ja ok woher eigentlich hätte ich mir nicht denken können aber leider aber die grenadier der ach komm 8 zu 8 nicht wirklich gut und wir verlieren wir verlieren deutlich ich glaube bei 100 ist Schluss einen getroffen jetzt schnell nachladen jetzt schnell nachladen da oben kämpft er scheiße granate aber irgendwie sind die granaten extrem stark ich finde die extrem stark so und wo sind sie jetzt wo knack die sind da oben wo geht die hier få nach zehn zwölf Äh, 12, 10. Positive, POSITIV. Das ist POSITIV. Jetzt können wir mal drauf. Wieder. TAH! Lola, du mir mal eine. Ja, genau. Aber wir haben verloren. Wir haben verloren. Naja. Nicht gut. 13, 12, ja, POSITIV. Hier sind wir Level 4. Ich steig jetzt ein bisschen auf. Und bekomm... IP. Okay, eigentlich heißt das IP. Und wir können uns... Können wir mal schauen, was wir hier machen können. Jetzt können wir mal aus dem Server rausgehen. Ich will nämlich nehmen... Jetzt, Gewehr gefällt mir. Jetzt schauen wir, ob es da vielleicht andere... Möglichkeiten gibt. Ähm... Krass. So. Ähm, hier. Kaufen mal das. Äh, das ist für fast... Das ist schon zu teuer. Ähm... Was... Was braucht man die... Die Führung ist gut. Nee, die Führung sind ja... Nee, die Führung sind ja... Die Führung sind ja gut. Ja, komm. Riss nur mal auf. Ähm... Und jetzt da... Okay, jetzt ist es zu teuer. Okay, dann sag ich bis zum nächsten Mal. Euer... Okay, dann sag ich...